Back again, hi, ich bin's, der Tom. Normalerweise hatten wir ja diese Woche bereits ein Video auf YouTube für dich, aber ich habe mir gedacht, komm, ich schieße jetzt einfach noch einen Bonus-Clip hinterher und heute habe ich für dich ein Speedretusche-Video. Also, du kannst mir jetzt dann in den nächsten paar Minuten mal über die Schulter schauen, in High-Speed natürlich, wie aus diesem Bild hier dieses Foto hier wird. Es ist die Hündin Maggie, die habe ich vor einiger Zeit fotografiert und ich habe mir gedacht, komm, ich zeichne jetzt einfach mal die Bildbearbeitung in Photoshop komplett auf und lade es dann für dich in YouTube als High-Speed-Speedretusche-Video hoch. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei. Gleich nach dem Intro geht's los. Ich freue mich natürlich auf dein Feedback wie immer und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag, komm gut durch den Tag und hab einen guten Wochenstart. Bis zum nächsten Mal dann, bis dahin, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.